so leute warte 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 doch das ding ist gerade am ruckeln so ich bin schon richtig fit im craften und fast fertig der fängt schon an das muss ich eingewöhnen rein darf ich jetzt ja so leute und dann sind wir wieder zurück nach der kurz oder etwas längeren pause wegen centos weil mein internet so richtig abgekackt ist dann guter neu gestartet dann wollte der nicht online gehen und naja in der zeit haben die spacken so ein bisschen was gemacht was egal ist was nicht so schlimm ist ist auch so viel haben wir gar nicht gemacht was haben wir gemacht eigentlich gar nichts haben nur ein bisschen umgetüftelt so und schon in welten geschwebt wie wir ausrasten stock in den arsch geschoben gegenseitig drei weißt du das handy wird schon wieder ich werde bestockt die ganze zeit und warte mal wenn du hier vorne das hin machst 11 x 11 was nimmt das denn für den radius dann hat er dann 14 mal oder hat er dann 11 11 im durchmesser keine ahnung ich weiß es auch nicht mhm eisen 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 haben wir doch da eigentlich ja ich warte worauf das gebraten wird achso ja das lass ich auch manchmal ich glaube ich muss mir gleich eine bessere schaufel machen ich habe nur die schaufel dabei was wir haben ich weiß nicht was da hinkommen soll das gehege was haben wir denn für ein gehege gebaut eigentlich sollte der vogel die auch gleich da rein holen aber naja das ist lenny und dann haben wir den durchgang schon mal fertig oder zumindest was da ist und der rest mache ich mit nachher mit excavate dass wir die andere seite einfach excavaten fertig weil das dauert jetzt das dauert jetzt eigentlich zu lange oder ja quasi nicht ok vielleicht brauchen wir kohle haben wir noch kohle soviel ne nicht wirklich ja siehst du da ist das problem das ist jetzt so die sache doch wir haben ja noch einen stack kohle einen stack da sind sie ja kommt mit wir hessigen kühlen hier liegt da ja boah dämlich viecher ach warte mal die ganzen pflanzen kann ich da bei centus reinschmeißen die brauche ich doch nicht ja solange das botania ist ja ob witchvee oder botania ist egal witchvee ich schmeiß auch witchvee rein minecraft würde dich auch bestimmt interessieren einfach reinzuschmeißen hm 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 hier ist ja noch so viel botania zu euch drin ne botania botania ah das war doch hier wo man einfach eine kiste daneben stellen konnte neben dem crafting table oder äh bei dem ja genau der war das ja genau der war das die dumm viecher jetzt seid ihr hier drin eh das rastetet aus so die kühlen sind drin kennst du diesen kleinen jungen der immer wenn sich einen ball nach dem kopf pfefft und dann dieses komische lachen hat ja das erinnert mich grad voll an sind ja das erinnert mich grad voll an sind ja spacken wo müssen wir denn so ist gut oder wir müssen gar nicht so du war der bummskopf ne du bummskopf bummskopf okay den neemlichen hühner Re-fuel-all Ja, jetzt brauchen wir eine Excavate Alter, die Ober nimmt er mit Eins, zwei Also braucht er vier Excavate Vier brauchen wir ja noch Excavate spacken die Excavate 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 Boah, jetzt muss ich einfach nur noch Oh nein, das geht andersrum Och nö Und? Hä? Sechs Gold Gears beh Das geht ja andersrum, oder? Sechs Gold Gears sind vierundzwanzig davon Ekelhaft 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 ungefähr Ekelhaft Ffff Wie? Machen wir das mal hier hin Hm Excavate Vier Out of fuel, hä? Hä? Das Ding hat doch nen Namen bekommen Ja Eeeh Das... Das ist hier nur ein Schweinlein Ist das behindert? Verarschen? Ich kann doch nicht so viel Strom verbrauchen Achso, mir bleibt's prima Hä? Ich hab... Weiß ich... Was ich grad gelesen hab? Was? Hart as a cock Nicht stark Machen Das ist doch so'n hartes Ekel Oh, ich nehm hier nochmal 32 Kohle raus Och man Jetzt hol ich mir gleich Lava von unten Das Ding hab ich doch Flash genannt Ja, heißt doch auch Flash Das Ding hab ich doch Flash genannt Ja, heißt doch auch Flash Das heißt, wir müssen das Keine Ahnung, wie viel müssen wir da machen? Weil da reißt du so viel ab, ne? Bist du so blöd hier reinzukommen? Du bist ein schwein Zwei 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 Hat jemand wieder die F-Tools genutzt? Nee. Eine vorhandene Verbindung wurde vom Remote-Host geschlossen. Wo ist denn die Konsole? Awww, okay, jetzt lass ich aber die Aufnahme an. Unable to look up chiseled-doppel-Cobblestone-Wall. Is something wrong with this? Äh, Zendus, was hast du gerade gemacht? Gar nichts gemacht. Nein, bist du irgendwie rumgelaufen oder so, oder was? Wieso? Ich hab nur versucht, Thunagard reinzustecken. In das Gehege. Dann ist wahrscheinlich ein Huhn gegen diese Cobblestone-Wall gelaufen, hat ein Collide-Event ausgelöst, mit einem nicht vorhandenen Block. WTF? Das heißt, wir müssen Lenys komisches Ding abbauen, glaube ich. Welches? Ja, das, was der da gebaut hat, das ist ähm... Boah, wer ist das Scheißteil? Ja, aber das kann doch nicht daran liegen. Ja doch. Er wirft doch die Error-Meldung, dass da irgendwas mit den Cobblestone-Walls falsch ist. Loll. Vor allem Gehege, und was macht der? Er ist so... Naja. Er ist halt ein Danny. Sag, wenn das wieder steht, ne? Ja. Lacht ihr ja grad drauf. Verdammte Scheiße. Oh, die technischen Probleme heute. Ja, ist doch nichts Neues. Ja, das stimmt auch wieder. Problem sind aber tolles. Ja. Hm. Den. 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 Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Ja? Ja.